Ich bin Nina Lather, Goldschmiedin aus Bielefeld. Zum Beruf der Goldschmiedin hat mich eigentlich meine Mama gebracht, die mich motiviert hat, damals ein Praktikum in einer Goldschmiede zu machen. Und ja, da habe ich so viel Spaß daran gefunden, dass ich einfach nicht mehr losgelassen habe. Ich wollte eigentlich Elektrikerin werden, aber mein Papa hat es verboten. Ich stelle eigentlich alles rund um den Schmuck her. Ich fertige Ringe, Ohrringe, Anhänger, mache aber auch Umarbeitung, Reparaturen, Trauringe, Ausgefallene auch auf Wunsch. Ich habe Spaß dabei, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist halt auch was, was meinen Beruf ausmacht. Es ist halt schon eine sehr persönliche Sache auch. Es sind natürlich auch oft emotionale Momente, die man da miteinander dann bespricht. Und das ist einfach wunderschön. Unter anderem ist es mittlerweile auch so, da ich mich viel fortgebildet habe im Edelsteinspassen, arbeite ich auch für Kollegen und fasse denen die Edelsteine dann in die Schmuckstücke ein. Das ziert natürlich dann ein Schmuckstück auch nochmal ganz anders, wenn es mit Edelsteinen besetzt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.